Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute. Es ist Rosenmontag, deshalb ist hier auch so ein Lärm, weil bei uns im Ort heute Umzug ist. Aber den werde ich mir heute nicht anschauen, weil ich habe heute ein Vorstellungsgespräch. Ich hatte euch ja... Entschuldigung, ich bin ein bisschen aus dem Atem, weil ich gerade einen Berg hochgelaufen bin. Ich hatte euch ja, glaube ich, Mitte letzter Woche das letzte Update gegeben, dass ich eine Absage bekommen habe vom Klinikum wegen der Ausbildungsstelle. Und am selben Tag habe ich auch eine E-Mail bekommen, dass ich eine Einladung bekommen habe zum Vorstellungsgespräch für hier die Sozialstation von der Diakonie. Und als Mitarbeiterin im betreuten Wohnen. Und genau, da habe ich jetzt heute Nachmittag das Vorstellungsgespräch. Und jetzt laufe ich gerade den Berg hoch zu den Schwiegereltern, die dann sich um Raphael kümmern, solange ich beim Vorstellungsgespräch bin. Ich werde mich dann später wieder bei euch melden und berichten, wie es gelaufen ist. So, Vorstellungsgespräch ist beendet. Ich bin voll halbiner, es ist echt gut gelaufen. Es war ziemlich locker, also jetzt, wenn ich es mal vergleiche, zu dem Bewerbungsgespräch im Krankenhaus letzte Woche. Und, also es war, der Geschäftsführer war dabei und dann noch zwei Mitarbeiterinnen vom Pflegedienst, beziehungsweise halt von, ja, so, von dem betreuten Wohnen. Die hatten dann noch andere Stellen unter sich. Ja, auf jeden Fall war ich echt locker. Die einzige knifflige Frage, die es gab, war, dass der Geschäftsführer gefragt hat, ja, wie würden sie einen Ausflug organisieren mit den Bewohnern des betreuten Wohnens. Da habe ich mich schon kurz so ins kalte Wasser geworfen gefühlt. Aber ich habe mir dann schnell was einfallen lassen und ich glaube, die waren zufrieden. Und ich glaube, die waren auch allgemein zufrieden von mir, weil ich darf morgen zum Probearbeiten. Ich bin voll froh, dass ich da gleich, jetzt gleich weitermachen kann. Wie gesagt, morgen um acht muss ich wieder hierher und dann zum Probearbeiten, wo ich mir hin bis ganz am Abend schaue. Gefällt mir das dort, wie komme ich mit den Mitarbeitern klar und genau, da freue ich mich drauf. So, hallo ihr Lieben, ich wollte euch mal noch von meinem Probearbeitstag, Schnuppertag berichten, den ich in der Sozialstation, der Diakonischen Sozialstation hatte, im betreuten Wohnen. Ich war, also um acht Uhr morgens, musste ich dort sein. Dann habe ich kurz Rücksprache gehalten mit der Mitarbeiterin, die die Arbeit momentan macht und jetzt eben aufhört und deshalb wird die Stelle frei. Und die Mitarbeiterin hat mich eben so durch ihren Arbeitstag mitgenommen. Wir haben dann angefangen mit einem Rundgang. Das heißt, wir sind die einzelnen Wohnungen der Bewohner abgegangen. Die hängen dann immer ein Schild raus, dass man weiß, dass alles in Ordnung ist. Das Schild hängt man dann ab und die Wohnungen müssen sich dann am nächsten Tag wieder aufhängen. Ja, um einfach sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist, weil wenn das Schild nicht draußen hängt, muss man klingeln. Und wenn dann keiner aufmacht, muss man gegebenenfalls einen Schlüssel holen und in die Wohnung reingucken. Weil es kann halt auch bei älteren Menschen sein, dass jemand über Nacht verstirbt. Und ja, da muss man natürlich dann schauen, ob da alles in Ordnung ist. Genau, dann war der Rundgang. Dann haben wir auch noch ein, zwei Bewohner besucht. Man macht dann über die Woche verteilt immer mehrere Besuche, wo man zu den Bewohnern dann eben reingeht, sich ein bisschen mit denen unterhält, ein bisschen quatscht, weil die meisten, also nur ganz wenige sind auch mit ihrem Partner dort. Und die meisten leben eben alleine und das sind vielleicht auch die Kinder oder die Enkel nicht so oft zu Besuch. Und das halt, ja, dass die eben nicht vereinsamen auch, ja, ist man dann eben auch als Mitarbeiter so ein bisschen dafür zuständig, sich da ein bisschen mit denen zu unterhalten und denen ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Dann als nächstes haben wir den Tisch gedeckt für den Mittagstisch. Da gibt es einmal in der Woche einen gemeinschaftlichen Mittagstisch. Das Essen wird geliefert. Und da haben dann die Bewohner die Möglichkeit, zusammen zu essen, weil normalerweise essen die ja alleine in ihrer Wohnung. Aber eben, ja, für die Gemeinschaft sozusagen, um gemeinschaftlich zusammen zu sitzen, zusammen zu essen, gibt es eben einmal in der Woche dieses Angebot, dass wer möchte, eben zusammen essen kann mit anderen Bewohnern. Genau, und anschließend war dann der Frühsport, sage ich jetzt einmal. Also das war praktisch so ein Sitz-Tanz, da konnten die Bewohner eben teilnehmen, freiwillig. Aber wir haben dann verschiedene, ja, Bewegungen gemacht mit den Beinen, mit den Armen. Einfach so ein bisschen halt, ja, dass die älteren Menschen eben ein bisschen aktiv bleiben. Ball hin und her geworfen, ja, solche Dinge gemacht, Musik gehört mit so Holzstöcken. Ein bisschen so im Takt, verschiedene Takte nachgeschlagen von der Musik. Ja, und dann, das wechselt praktisch jeden Tag. Mal gibt es auch ein Kreativangebot oder, ja, auch nochmal was Musikalisches. Dafür ist man dann eben auch zuständig, das zu organisieren, zu planen, wann mache ich was, rauszusuchen, was für Sitz-Tanzer zum Beispiel macht man. Genau, und anschließend ging es dann zum Mittagstisch. Da haben wir dann praktisch das Essen, was geliefert wurde, auf die Teller verteilt und eben den Bewohnern, die eben zum Mittagstisch kamen, hingestellt. Und, ja, als wir dann wieder fertig waren mit Essen, haben wir dann wieder abgeräumt und eben dann halt das Geschirr sauber gemacht. Da ist dann so an diesem Gemeinschaftsraum so eine kleine Küche, da haben wir dann das Geschirr sauber gemacht. Und dann muss man auch die Behälter von dem Essenslieferservice wieder sauber machen. Und, ja, dann haben wir noch den Essensplan aufgeschrieben für die nächste Woche. Also da haben dann praktisch die Bewohner gesagt, was sie dann die kommende Woche sich zu essen aussuchen wollen. Und dann auch noch aufgeschrieben, wer im Urlaub ist, wer vielleicht im Krankenhaus ist, wo dann eben kein Besuch gemacht wird. Oder, ja, dass man halt weiß, wenn da das Schild nicht draußen hängt, ah, okay, der ist jetzt gerade im Urlaub. Oder, ja, das muss man dann halt immer eben aufschreiben. Und damit war eigentlich mein Arbeitstag auch schon wieder rum. Das ging von 8 Uhr bis um 13 Uhr. Also, das ist so eine Teilzeit. Also eigentlich keine richtige Teilzeit. Also nur so eine halbe, dreiviertel Stelle ungefähr. Also es ist kein Vollzeitjob. Was für mich aber vollkommen ausreicht. Und mir hat es auch echt Spaß gemacht. Mir hat es wirklich gefallen. Ich könnte mir das super gut vorstellen, das zu machen. Auch weil ich ja selber gern so kreativ bin. Gerade mir da solche Angebote zu überlegen für die Bewohner. Ja, jetzt kriege ich innerhalb vom nächsten Monat eine Rückmeldung, wie es weitergeht, ob ich eben die Stelle bekomme. Es ist ja auch so, dass die zwei Wohnheime haben. Also zwei betreutes Wohnen, wo verschiedene Stellen mit verschiedenem Umfang angeboten werden. Und genau. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, ob ich da die Stelle bekomme. Ich hoffe natürlich sehr, dass es jetzt endlich mal klappt, dass ich endlich mal arbeiten gehen kann, darf. Und sag dann tschüss und bedanke mich fürs Zuschauen.